Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Tierheim Challenge. Dies ist Teil 6. Ist das nicht herzallerliebst, wie der Willi da ganz von alleine mit Amika spielt? Darum habe ich das jetzt hier erstmal gestoppt. Ja, ich finde das total süß. Gut, was steht denn hier an? Ja, Willi muss mal was essen. Aber bevor er isst, gucken wir mal. Oder wir machen das so, ich warte einfach ab, bis der nächste Hund mal wieder seine Herzen äußert. Die wollten sich ja schon öfters mal vermehren und der nächste Hund, der Herzen von sich gibt, der darf das dann. Vielleicht machen die das ja auch mal von selber. Oh, er tanzt jetzt mit mehreren. Das finde ich süß. Und Amika, nicht, dass du wieder abhaust. Bleib mal schön hier. Ich würde die ja gerne nochmal auf die Jagd schicken, aber... Oh, hier. Aufhören zu kämpfen. Ja, und einen der Hunde müssen wir dann auch als nächstes ausbilden. Und wenn die Ausbildung schnell genug ist, ist dann vielleicht sogar Platz für Zwillingswelten im Haus. Müssen wir mal gucken. Aber mach du hier mal dein Rühreier mit Speck fertig. Und wir hoffen mal, dass er kein Feuer macht. Aber er muss es ja mal lernen. Tierängste. Okay. Kein Tier ist vollkommen furchtlos. Selbst Blackie nicht. Jedes Tier hat seine eigenen Ängste. Also beobachte deine Haustiere, um herauszufinden, was ihnen Angst macht. Ja. Lektion schreckhaft. Oh. Blackie ist eine schreckhafte Hündin. Wie konnte ich das so einrichten? Dass Blackie schreckhaft ist. Naja. Einen schreckhaften Hund müsste man verkraften können. Jetzt haben sie hier alle die Blackie im Sinn. Und er ist traurig, weil er Fuxi weggegeben hat. Und es würde ihm helfen, ein Gemälde zu malen. Ja. Erstmal würde ich sagen, du isst. Und dann gießt du mal deine Pflanzen. Die brauchen das nämlich. Sonst sind die auch ganz traurig. Und dann... Ja, irgendwie sind die gerade nicht in Liebesstimmung. Tja. Aber ich würde das gerne irgendwie nutzen. Ich warte noch mal ein paar Minuten. Jetzt müssen sie als nächstes sowieso wieder aufs Klo allesamt. Dann gehst du nach dem Gießen mal hier hin. Und dann rufen wir die wieder alle. Und machen die große Pinkel-Geschichte. Es ist auch schon Abend. Und dann schauen wir mal. Weil wenn die gerade nicht in Liebesstimmung sind, müssen wir sie vielleicht auch nicht zwingen. Höchstens ermuntern. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja. Würde mir schon gefallen, wenn die ein Hunde-Baby kriegen würden. So. Okay. Jetzt rufen wir sie alle herbei. So. Mal gucken, ob auch Blacky kommt. Der schläft ja. Ob der davon aufwacht. Ja. Ja. Er wacht auf. Das ist gut. Okay. Dann hier bitten, das Geschäft zu erledigen. Okay. Jetzt ist auch Cutie da. Und Amika ist auf dem Weg. Die haben das schon alle nötig. Weil das ist jetzt bei allen bisher schnell zu finden gewesen. Und Cleveland ist noch sauber. Das ist gut. Nur Blacky. Da muss man suchen. Aber wir bitten ihn trotzdem mal. Ah. Amika. Amika möchte sich vermehren. Mit so einem großen Hund. Naja. Das wirst du schon schaffen. Mit welchen hättest du es denn gerne? Tja. Na, erstmal lassen wir sie mal alle ihr Geschäft erledigen. Ich räume mal wieder die Haufen weg. Und das war ganz klar. Amika hat Herzen gezeigt. Die hatte auch gestern schon deutlich Herzen gezeigt. Und so. So. Ja, jetzt macht sie hier einen Haufen. Da ist der Haufen. Na. Ach toll. Der ist jetzt außerhalb des Grundstücks. Dann hebt den mal hoch. Und ich glaube jetzt sind... Na, hier macht noch einer was. Hm. Ah, hier, hier. Amika will mit Tofu. Ist Tofu in Männchen? Ja. Alles ganz klar. Amika will mit Tofu. So. Also. Freundlich. Auf Couch verwöhnen. Zur Paarung ermutigen mit. Amika hat sich kürzlich gepaart. Warte einen Tag, um zu erfahren, ob es Nachwuchs gibt. Oh, hat Amika sich gepaart, ohne dass wir das mitgekriegt haben? Ja, anscheinend. Und vielleicht mit Tofu. Ja, dann müssen wir jetzt warten. Schade. Ich hätte jetzt gerne mal diese niedliche, kleine Hundepaarungszeremonie mit euch erlebt. Aber das werden wir hier in der Challenge noch öfters. Er ist sehr traurig und liegt im Bett und weint hoch der Arme. Oh. Warte mal, warte mal. Hier kannst du einen Hund über das Spielen in Pfützen belehren. Das wird dich ablenken. Und vielleicht sollten wir dann Cutie trainieren als nächstes. Das wird ihn auch ablenken. Dann soll er mal im Training Platz. Und was kann Cutie schon von selber? Bei Fuß. Okay. Das ist gut. Gucken können die das jetzt womöglich alle. Nee. Ja. Das kann sein, dass ich ihnen das habe beibringen lassen, bevor ich mit dieser Challenge angefangen habe. Einfach nur, um das mal auszuprobieren. Ja. Das ist dann natürlich schon wieder ein Weibchen. Foxy war ja auch ein Weibchen. Nee, Cutie ist männlich. Okay. Sorry. Irrtum. Na, das hat doch schon geklappt. Und was macht sein Level? Das sieht nach dreieinhalb aus. Ja, das ist in Ordnung. Okay. Was will der von mir? Okay, jetzt gucken wir mal, ob er jemanden hinschicken kann, um da zu graben. Ja, jetzt kann er es hier auf Erkundungstour schicken. Aber das machen wir vielleicht lieber tagsüber. So. Er soll jetzt einfach hier nochmal Cutie das mit dem Platz beibringen. Beibringen. Ja, immer noch sehr, sehr traurig. Wie lange geht denn das? Immerhin 14 Stunden. Das andere ist jetzt ja weg. Das traurig wegen weggelaufenem Hund. Ähm. Nee, nee. Du solltest das schon fertig erziehen. Platztraining. Platztraining fortsetzen. Das ziehen wir jetzt durch. Und morgen bringst du zwei andere Befehle bei, damit wir zwei Welpen kriegen können. Und nicht nur einen. Zwei Welpen sind einfach viel niedlicher. Und da müssen schon wieder welche über. Spielen in Pfützen belehrt werden. Ja, hinlegen, hinlegen. Okay. Pamika rennt rum wie eine Wilde im Liebesfieber. Ja, ja, die ist richtig im Liebesfieber. Mal gucken, ob ich das mal verscreenshoten kann. Machst du hier nochmal deine vielen Herzen? Pamika? Nö, anscheinend nicht. Ah, doch. Stopp. Da muss ich mich jetzt nur noch anpirschen. So. Ich habe es ein bisschen zu spät gemerkt. Gut. Okay. Ja, naja. Ich denke mal, das könnte eventuell ein ganz, ups, brauchbarer Screenshot geworden sein. Und hat es mit dem Platz immer noch nicht geklappt? Nee, du brauchst dich nicht ausholen. Du hast noch so viele Tiere und vielleicht gibt es auch mal Nachwuchs. Ach, Cutie hat den Befehl Platz gelernt. Sehr gut. Dann kannst du sie jetzt mal loben. Ähm, wo ist das Loben? Loben. Und dann kannst du sie auch bürsten. Dann wird sie auch gleich ein bisschen sauberer. Ja, sehr schön. Vielleicht können wir auch mit Bürsten ein Teil der Dreckprobleme in den Griff kriegen. Na, das gibt wohl keine anderen Frösche außer den beiden. So, und du könntest jetzt hier noch mal belehren über das Spielen in Pfützen. Und zwar über Spielen in Pfützen belehren und hier auch über Trinken aus Pfützen. Ja, kannst du auch mal belehren. Na, ich bin schon sehr gespannt, ob Amika schwanger ist. Huch, dieses Ding dreht sich immer wieder. Vielleicht drehen die Hunde das. So. Cleveland hat gelernt, nicht in Pfützen zu spielen. Das ist gut. Aha. Okay, zur Paarung ermutigen mit Tofu. Weil sie wollte ja mit Tofu. Sie ist also nicht schwanger geworden. Oh, und Willi und Cleveland sind soeben beste Freunde geworden. Dann können die, glaube ich, auch Kumpel werden. So, und jetzt schauen wir mal. Müssen wir natürlich den richtigen Moment erwischen. Jetzt geht sie hier zu Tofu hin. Ich weiß nicht, ob die das im Bad machen können. Doch, doch, doch. Sie machen es im Bad. Wie unromantisch. Und Cleveland hockt dabei. Mit der Techtel-Mächtel-Musik der Romantischen. Das ist ja irgendwie schon unromantisch hier. Na gut. So ist es halt nun mal. Aber es ist eindeutig die... Ups, da ist er jetzt vor Begeisterung hochgesprungen. Okay. Dann müssen wir jetzt warten, ob das diesmal geklappt hat. Immerhin haben wir es jetzt mitgekriegt. Gut. Es ist mitten in der Nacht. Er heult schon wieder. Och. Gehst du mal aufs Klo und dann gehst du schlafen, mein lieber Willi. Und ich hoffe, dann ist mal die Trauer vorbei. Der wird natürlich immer mal wieder traurig sein. Immer wenn er einen Hund weg gibt, wird er traurig sein. Aber ich denke mal, das gehört bei dieser Challenge wohl einfach dazu. Ja, dann gehst du mal schlafen. Und vielleicht haben wir dann auch das Glück, dass wir in dieser Folge noch erfahren, ob das geklappt hat mit dem Schwangerwerden oder nicht. Ich glaube, bei Tieren heißt das trächtig. Naja, aber egal wie es heißt. Ihr wisst schon, was gemeint ist. Ey, ihr Hunde, ihr könnt einfach auch mal ins Bett gehen. Ja, dann kann der Willi nämlich gut schlafen. Malcolm Landgraben. Nee, jetzt lass doch mal den Willi schlafen. Und da weckt ihn jemand auf. Jetzt über Aufwecken belehren. Moment. Ähm, wo geht denn das? Wegen Aufwecken ausschimpfen. Und ansonsten kannst du dann... Ah ja. Ähm, Cleveland wieder beruhigen. Und vielleicht eine tröstliche Umarmung. Denn die waren ja schon mal beste Freunde. Und jetzt sind sie nur noch Freunde. Aber das müsste sich gleich wieder einrenken. So. Und kennenlernen. Och, wie süß. Wof, wof, wof. Ja. So. Streichel ihn mal. Der ist jetzt auch nicht mehr dreckig geworden. So, Cleveland. Stopp, stopp, Freund. Ja, lobe ihn noch mal. Und vielleicht hätte ich nicht, ähm, das Ausschimpfen machen sollen. Aber man muss die Tiere ja schon auch erziehen. Sonst weckt der immer wieder auf. Und die werden schon wieder beste Freunde. Oh, das Schiebe. Quine. Okay. Dann machen wir hier noch was. Nochmal kennenlernen. Und vielleicht ein Leckerchen geben. Ähm. Leider können wir nicht zusammen zum Abenteuer aufbrechen. Ja. Beste Freunde ist immer noch nicht. Ist er denn mit irgendjemand bester Freund? Nee. Nur Freundin. Immerhin. Tja. Oh, hier möchte jemand gebadet werden. Oder? Nö. Aber du könntest Tofu mal bürsten. So. Tierpflege. Nee. Das ist wohl bei freundlich, das Bürsten. So. Ah. Er hat jetzt erst mal Hunger. Ja, da hast du auch recht. Bürste mal Tofu und dann machst du das Essen weiter. Hm? Jetzt frisst der Cleveland den Salat, die Salatzutaten auf. Tja. Müsst man ihn eigentlich fast schon wieder belehren. Naja. Ja, hat schon die Ohren angezogen. Das hat er wohl gemerkt. Ah, Willi und Cleveland sind soeben beste Freunde geworden. Das ist doch gut. Diesmal belehren wir nicht. Liebe spüren. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Weil das tut beiden gut. Warum kannst du nicht Liebe spüren? Ist die Gelegenheit schon wieder vorbei? Nett sein zu, zu Paarung ermuntern. Mehr Auswahl. Tja. Beruhige Cleveland mal. Ralshpaar. Ja. Kann man jetzt Liebe spüren nochmal? So. Was ist los? Braucht er wohl was? Hm. Zu Paarung ermutigen. Das ist aber nicht sehr vielversprechend. Na, machst du erst mal dein Essen fertig. Und dann gucken wir mal, ob wir Amika noch mal zur Paarung ermutigen können. Freundlich. Ja. Das heißt, es hat wohl nicht geklappt. Wenn es diesmal auch nicht klappt, dann suchen wir uns eine andere Kombination aus. So. Und ich schmeiß vielleicht mal dieses Gartensalat-Reste weg, weil die sind ja angefressen. Oh. Hat nicht geklappt. Er kann das wohl noch fortsetzen. Und dann soll er das danach mal fortsetzen. Oh, und die Folge ist schon wieder super lang, sehe ich. Ähm. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018